Hallo liebe Leute, Grüße zum Witz von Utka. Heute der Große Nase-Witz. Moment, jetzt sind wir weit. Hallo liebe Leute, Grüße Witz Deins, wie fast jeden Tag? Heute der Große Nase-Witz. Und zwar ist der von Philipp D. Glasmeier. Und Grüße gehen von ihm an Julian Glasmeier und den Memo Baraka. Und der Philipp hat hier mit Super-E-Mails, hier könnt ihr auch. Und dann könnt ihr noch zwei von euch grüßen. Und der Große Nase-Witz, der geht so. Warum haben Juden so eine große Nase? Ja, weil die Luft umsonst ist. Warum haben Juden so eine große Nase? Ja, weil die Luft gratis ist. Und Erklärung. Wir wissen ja, Juden machen nur was für Geld und wollen für alles Geld und so weiter. Und die Nase ist so groß, weil die Luft gratis ist, weil sie kein Geld dafür zahlen müssen. Also nehmen sie viel davon, ob sie kein Geld brauchen. Und eigentlich mache ich keinen Judenwitze. Aber weil die Juden, die Palästinenser da so massakieren wie Hitler, die Juden früher. Und die Palästinenser abschlachtet da und Häuser baut auf dem Gebiet und so weiter. Mache ich jetzt auch wieder Judenwitze. Okay, toll, kann man wieder abonnieren.